Von meinem Hintergrund hatte ich schon einige Vorkenntnisse, was die Instruktion angeht und ich habe mir von dem Seminar erwartet, dass ich hier meine spannenden Kenntnisse schon noch ein wenig erweitern könnte und bin hier definitiv von meinen Erwartungen darüber übertroffen worden, weil ich einfach jetzt weiß, warum ich nicht immer profitabel unterwegs war und wie ich vor allen Situationen jetzt retten kann, in denen ich nicht profitabel unterwegs war, wie zum Beispiel bei den Earnings oder eben bei Sachen, wo ich eben längere Zeit nicht hingeguckt habe und dann plötzlich der Trade doch mal ins Negative gelaufen ist. Ich habe jetzt für mich eben herausgefunden, was ich in solchen Situationen machen kann und wie ich diese so auch umwandeln kann, dass ich möglicherweise sogar noch einen positiven Ertrag ausgehe und manchmal einen Verlust erstelle. Insgesamt kann ich sagen, ob das jetzt die Umgebung ist hier im Heringsdorf, die ist sehr nett. Die Gruppe ist ebenfalls sehr gut, sehr viele unterschiedliche Leute und unterschiedlichen Kenntnissen und es ist sehr spannend, sich mit ihnen auszutauschen und ich muss sagen, also Jens, der macht das ebenfalls in einer sehr guten Art und Weise, dass er uns erstmal die Basics beigebracht hat, dann ein bisschen tiefer eingestiegen, dann auch konkrete Handelsstrategien aufgezeigt hat und dann eben auch das, was wir jetzt gerade noch gemacht haben, den Rollen, super interessant, ebenfalls gezeigt hat. So, dass ich glaube, wenn ich jetzt nächste Woche wieder neu starte, dann in der Folge deutlich profitabler unterwegs sein werde, als es in der Vergangenheit war. Also denkst du grundsätzlich, dass das allein schon diese Woche für einen eigenen Handel eigentlich auch schon einen positiven Kick bringen wird in der Zukunft? Genau, das hat also definitiv was gebracht und ich glaube, dass es den Preis des Seminars relativ schnell wieder reingeht. Okay. Sonst irgendwie, was du noch für ein Seminar noch besser oder anders machen würdest? Also als Tipp sozusagen? Oder ist es für dich so, wie es abläuft? Eigentlich schwer zu sagen. Also, weil jeder hat ja seinen eigenen Stil und wichtig ist, dass der betreffende, dass, wenn ich ja authentisch rüberkomme, ist das. Das ist von Jens definitiv der Fall. Ich persönlich, wenn ich halt Coachings mache oder Trainings gehe, mache es halt so, dass ich eben vorhin in eine klare Agenda reinkomme, die eben für jedermann transparent ist, dass man klar Transparenz hat. Aber das ist nur eine Möglichkeit, das zu tun. Das muss sich zwangsläufig für andere Referenten ebenfalls gelben. Und ansonsten, er zeigt es halt, und das finde ich sehr, sehr gut, immer an Praxisbeispielen, also nicht nur Theorie, sondern sofort Theorie plus praktischen Teil, was dann halt, ich glaube, für die meisten auch sehr wichtig ist, denn das eine ist wirklich nur über bla bla bla, über die theoretischen Modelle zu sprechen, das andere ist, diese aber auch dann in der Umsetzung zu sehen und dann auch zu sehen, anhand von tatsächlich durchgeführten Fades, die er gemacht hat mit seiner Firma, wie es läuft, was sie getan haben, was die Hintergründe waren, wie sie auch einen solchen Trade eben adjustiert. Es war mal eine Woche mit dir auf dem Seminar und ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich hat es einiges gebracht, weil es einfach von der Grundlage, erstmal die Grundlage für das Optionsgeschäft, also ein paar, also einfache in Anführungszeichen Strategien, wo ich sehr viel auch von meinem Future-Handel auch noch mit nutzen werde, kann und auch die Atmosphäre war halt sehr gut und gerade, wie es vermittelt wurde, also muss ich ehrlich sagen, ich würde es gerne nochmal machen, mal schauen, was es demnächst auch wieder sein sollte, aber so allein vom Wissensvermitteln her, war ich positiv überrascht, hatte auch gewisse Erwartungen, die auch schon bei anderen übererfüllt wurden, und ich bin mal gespannt, wie viel ich davon jetzt schon von meinem Future-Handel nutzen kann und wie lange es noch dauert, bis ich auch mit Optionen sozusagen Geschäfte abwickeln kann. Ja, war eine sehr, sehr gute Woche, also ich sag mal, Jens ist natürlich auch ein sehr guter Trainer und auch Moderator, Seminargeber, und ich fand, er bringt auch dieses komplexe Thema Optionen, selbst wenn man das Buch vorgelesen hat, ist es ja schon kompliziert, aber er bringt das sehr gut, kurz und prägnant auf den Punkt, und man hat wirklich nach der Woche das Gefühl, dass man da mehrere Strategien für sich gefunden hat, mit denen man in das Thema super einsteigen kann. Okay, und ansonsten so, wurden denn Erwartungen so erfüllt, oder hast du gesagt, okay, übererfüllt, oder hättest du gerne noch was mitbekommen, oder ist das so für dich, was du dir vorgestellt hast? Also, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe ja im Vorfeld auch abgefragt, was unsere Erwartungshaltungen sind, wo unser Kenntnisstand ist, um einfach diese Seminarwoche auch so ein bisschen auf die Teilnehmer einzusteigen, und das war schon wirklich sehr gut, weil wir so natürlich, ich sag mal, die Erwartungen auch getroffen haben, und am Ende unser, ich mein persönliches Ziel erreicht habe, in den Strategien einzusteigen, und er bringt natürlich auch sehr viele Details noch, die weder in einem Buch stehen, aus seiner Handlungserfahrung heraus und durch Fragen und, ich sag mal, eine entsprechende gute Diskussion auch, konnte ich hier sehr viel mitnehmen. Okay, ich habe jetzt ja die Woche hinter mir und bin eigentlich erstmal so ein bisschen ohne Erwartung hergekommen, weil man weiß ja nie auf dem Seminar was im Seminar erwartet, man hat zwar eine Einschätzung vorher, bin seit einigen Jahren jetzt im Aktienbereich tätig und wollte mich halt erweitern auf Aktienoptionen, ich handele zwar schon Aktienoptionen, und ich muss wirklich sagen, also nach dieser Woche habe ich viel besseres Marktgefühl, und das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur die einzelnen Aktien anguckt, sondern insgesamt einen viel besseren Blick auf die Gesamtmärkte haben, das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Das Wissen von Jens ist unglaublich, also für jeden Trader, egal wo er sich bewegt, ist immer was dabei, was er auf jeden Fall mitnehmen kann. Besonders schön fand ich die Atmosphäre hier im Seminar, völlig entspannt, sehr authentisch, und ich sage einfach mal, es ist ein Must-Have im Bereich von Optionshandeln, so simpel kann ich es eigentlich zusammenfassen. Dankeschön. Also, was mir richtig gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie der Jens Rabe das Seminar aufgebaut hat, insbesondere mit seinen vielen Praxistipps. Man merkt einfach, dass der vom Fach ist, dass er eine Unmenge an Erfahrungen hat, und das fand ich jetzt für mich extrem gut. Ich habe aus der Theorie einiges mitgenommen, muss jetzt natürlich auch noch vieles nacharbeiten, aber ich würde jederzeit wieder ein Seminar bei mir ins Rabe machen. Vielen Dank.